Es läuft einfach noch. Es läuft wirklich. Mira Runde! Jetzt fühlt sich das so langsam an. Es ist so langsam. Hä? Achso, wir sind mit Tarsen. Das macht schnell aus, oder? Ich guck mal, ob jemand ist. Oh nein! Oh nein! Zurück, 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 zurück! Oh Gott, da ist jemand, der darf das nicht sehen. Oh Gott! Ist der einfach nur AFK, der gerade noch vorhin stand? Wahrscheinlich, oder? Die Leiche wird also nicht gefunden gerade. Wie gut ist das denn? Da ist jemand einfach AFK-Wahrscheinlich, ey. Oh! Okay, also einfach meine Farbe sagen, oder? Irgendeinen Verdacht. Nee, ich werde jetzt noch nichts schreiben, bevor ich... Was soll ich dazu sagen? Das ist einfach... 30 Sekunden lang war da nichts. Da waren 30 Sekunden gar nichts gewesen. Ja, gut. Ich bin durchgekommen. Bin noch durchgekommen damit. Weil es wohl früh in der Runde so noch niemand wirklich in den raus haben möchte. Ich guck mal das hier an. Wie geil ist das denn? Oh, jetzt hat er sich... Oh, jetzt trennen wir uns. Oh, das wäre ja witzig gewesen, wenn wir jetzt alle drecks zusammengeblieben wären. Kommt jemand hier runter, oder so? Das wäre witzig, wenn jetzt niemand alleine runter geht. Oh. Ha. Alter Sche... Oh Gott. Liga nicht, oder? Was machen wir jetzt am sinnvollsten? Hm. Schwer einzuschätzen. Sehr schwer einzuschätzen, gerade die Runde. Boah. Das ist echt schwierig. Weil halt 15 Leute auf dieser Map keine einfache Aufgabe ist. Puh. Self-Report? Ja, das ist wohl richtig. Aber warum? Warum weiß man das schon wieder? Warum wissen die das? Bleibt nichts anderes üblicher zu versuchen, den rauszukriegen. Bleibt nichts. Don't whine. Achso. Er whine, indem er einfach nur sagt, dass du es sein kannst. Okay. Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ach, du kacke. Wir haben noch eine Runde überlebt. Wir haben einfach noch eine Runde überlebt. Wir haben einfach noch eine Runde überlebt. Fuuuuck. Ey. Na ja, wenn wir das gewinnen, das wäre ja ein Wunder. Also, wir stehen von Anfang an auf der Abschlussliste. Das haben wir zumindest schon mal den raus, der die ganze Zeit uns sagt. Das ist vielleicht schon mal gut. Ja. Ich meine, es wird ja zwar nicht gevotet, aber derjenige raus, der uns die ganze Zeit verdächtigt. Was ist in der TV? Was ist in der TV? Bis zum nächsten Mal. Ja. Das war's für heute. Ja, jetzt ist halt der Typ ist genauso schwierig. Luna, ja kacke, Alter. Ja, dann ist mir schon klar. Das ist richtig geweidet einfach. Richtig geweidet, ja. Guckt euch das mal an, was hier los ist. Sogar Nice Joke hat zwei Worts. Ich habe noch nicht mitbekommen, dass Nice Joke überhaupt einmal in der Schusslinie war. Das war gerade so durcheinander, dieses Voting. Was ist das denn? Was ist denn das für eine Runde? Jetzt muss dann dieser eine Typ in diesem Bigfoot Outfit oder was, das ist raus. Der muss als nächstes weg. Ja, was war das denn gerade für ein Bild? Und ich konnte nichts machen. Ich konnte nichts machen. Was ist denn hier los, bitte? Ich konnte wieder nichts machen. Ich wollte den Typen da jetzt raus haben. So, Proof Cabin, ist das jemand, der noch... Ja, Proof Cabin war auch jemand von denen, die noch am Leben waren. Also noch jemand raus. Luna. Okay. Ach Gott, ey. Also Rot ist bisher nicht einmal genannt worden. Das ist schon mal super. Dass Rot bisher überhaupt noch nicht da genannt wurde, ist wichtig. Ja, der hat halt recht. Der hat halt 100 von so einem rechts. Boah. Assi. Ich meine, sie wird jetzt nicht Assi gemeint haben, aber es ist irgendwie lustig in dem Kontext. Ach. Was soll ich... Was soll ich denn nehmen, ey? Ich nehme einfach Luna, weil er die ganze Zeit Luna sagt. Vielleicht habe ich... Stück für... Moment, haben wir nicht sogar schon gewonnen? Wir haben doch schon gewonnen, oder? Rechne ich das jetzt falsch? Boah. Was war das denn wieder für eine Runde? Wir waren von Anfang an verdächtig und sind trotzdem jede Runde durchgekommen. I wanna be the first one dead. Das kannst du haben. Warte, wer war das? Wer hat das gesagt? Font Moss. Wenn ich jetzt im Poster bin, dann werde ich das in die Tat nutzen. Ich werde alles daran setzen, dass das passiert. Font Moss. Oh nein, ich hätte so gerne einen Shapeshifter mitgehaben wollen. Oh, Font Moss, wo ist der? Wo ist der da? Was ist denn der jetzt? Ich habe nur die Wunsch erfüllt. Tschüss. Wie gut ist das denn? Achso, ich muss die Tür vielleicht mal aufmachen. Ich war gerade dumm und dachte, die geht von selber auf, wenn ich dagegen laufe. Wieso wird die Leiste noch nicht reportet? Eigentlich, da waren noch zwei Leute oben. Ist da keiner mehr durch die Tür gelaufen, oder was? Hey, du wolltest als erstes tot sein. Ich habe dir den Wunsch erfüllt. Was ist denn das für ein geiler Banner da? Von Clappy Bird. Cool. Hey, als ob das wirklich passiert ist, dass diese Person als erstes gekippt werden wollte, und ich das dann auch umsetzen konnte. Brown. Oh nein. Wir sind auch wieder untereinander. I was hidden there. What is imposter? Gooey, wie kannst du nur? Oh man, ja. Wieder wird niemand von uns sofort genannt. Wie wollen wir aus der Nummer rauskommen? Saw you, loser. Skippen. Ich probiere es zumindest. Ja, hat mal geklappt. Also, aufgepasst vor dem Rekord. Der sollte raus nach Möglichkeit. Boah, wieder 45 Sekunden Kill Cooldown, ey. Ich glaub's ja auch. Oh man, ja. Oh man, ja. Ey, wie leuchtet denn das auf, wenn ich im Poster bin? Achso, ich kann das mit selber ausmachen, stimmt. Ja, von Miss Left City Game, du wolltest doch als erstes gekippt werden, und dann ist das jetzt nicht recht und haust ab, oder wie? Ich krieg das ganz so voll nicht hin, ja. Ey, wo, ein Moment mal. Wieso läuft mein Kill Cooldown? Und da, ich dachte, wenn man so was mitmacht, wenn man so eine Aufgabe mitmacht, dann ist der Kill Cooldown gestoppt. Anscheinend nicht. Also, das ist ja super. Ähm. Bye. So. Wie sieht's hier aus? Hm. Oh, da ist die Person, ey. Oh, yes. Haben wir schon geschafft. Man, dieses dumme Bild, dass es manchmal so klein ist. Wieso ist das so scheiße, ey? Oh, Mann, ich bin wieder im Poster. Ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Break, let's go. Hi. Wir haben die Shapeshifter, ne? Das ist immer erhöhter Schwierigkeitsgrad. Hey, sobald er spielt vor dem Update, dass es weitere Rollen gibt, auch. Aber, ich will ja nichts sagen. So. Wer kommt mir hier als erstes entgegen? Ach, du bist ein Poster. Oh. So. Wieder 45 Sekunden Kill Cooldown. Ach, du Kacke. Ja, aber hier ist die Übrübe, die ist halt gestoppt. Dann nehmen wir mal wieder, was hier aussetzt. Licht aus. Nerv. Ich musste die Namen nochmal sagen. Tata. Ach, guck mal. Aber leicht hier von unten. Ey, ein Imposter von uns ist gegangen und ich habe mich über den Namen Tata gerade noch amüsiert. Ja, hey. Salud. Jutta, Mike, be crewmate. Ja, das ist ein Take, den habe ich dann auch noch nicht gesehen, dass jemand sofort einen Imposter in Schutz nimmt. It black. Na dann, wenn es black ist, rosa. Ja, rosa. Man versteht aber nicht, was du sagst. Da steht das vor rosa drin, aber... Also jetzt. Niemand versteht dich, Anna. Nimm deinen komischen Papierhut ab. Fuck me, please. You really think you're funny, waas?